Herzlich willkommen bei den Lehr-Lern-Videos im Master Public Policy. In diesem Block beschäftigen wir uns mit den Grundlagen von Forschungsdesigns, die Sie für die Erstellung Ihrer Masterarbeit brauchen, denn gerade auch anwendungsorientierte Masterarbeiten brauchen natürlich den Bezug zur Wissenschaft, damit die Praxisimplikationen und das, was Sie darüber hinaus an Ergebnissen finden, natürlich dann auch als Gestaltungswissen politisch und politikwissenschaftlich angewandt werden kann. Deswegen werden wir uns in diesem Block vier Bereiche anschauen, die ich mit Ihnen durchgehen werde. Wir werden uns zunächst den Forschungsprozess als idealtypisches Modell anschauen, gehen auf das Viereck des Forschungsdesigns ein, das jede Masterarbeit bzw. jede Forschungsarbeit auch haben muss. Wir werden einen ersten Überblick über Konkretisierungsschritte im Forschungsprozess uns anschauen, wozu es dann noch weiterführende Videos gibt und wir werden uns auch die idealtypische Gliederung von Forschungsarbeiten anschauen, die Sie dann auch als Vorlage für Ihre Masterarbeit verwenden können. Wenn wir uns den Forschungsprozess als idealtypisches Modell vorstellen in der Politikwissenschaft, sehen wir, wie es die Grafik darstellt. Zwei unterschiedliche Schleifen, die beide von der Forschungsfrage ausgehen und diese Forschungsfrage auch beantworten. In dem Modell von Diana Panke, das Sie sehen, gibt es den deduktiven Zugang und den induktiven Zugang, die sehr ähnlich dargestellt sind, aber die Reihenfolge der Konkretisierungsschritte, die eben zur Beantwortung der Forschungsfrage gegangen werden müssen, die unterscheiden sich, zumindest in ihrer Reihenfolge. Lange Zeit gab es in den Sozialwissenschaften und gerade auch in der Politikwissenschaft eine sehr intensive Debatte über die Methoden, gerade über Quali- und Quanti-Methoden. Hier hat sich allerdings ein neuer pluralistischer Konsens rausgebildet, der für die Methodendebatte eben besonders fruchtbar war und das Ergebnis dieser langen Debatte war, dass wir vor allem über Gegenstandsangemessenheit sprechen. Das heißt, welche Methoden wir wählen, hängt vor allem von unserem Forschungsinteresse, von der Forschungsfrage ab und weniger eben von ideologischen Gründen. In Folge an diese Gegenstandsangemessenheit wurde auch ein neuer Methodenbaukasten entwickelt, wo wir uns eben an vielfältigen Designs, Methoden und Interpretationstypen bedienen können, um unsere jeweilige Forschungsfrage bearbeiten zu können. Wenn Sie in die Literatur gucken, werden Sie trotzdem noch unterschiedliche Begriffe finden, die jeweils andere Schwerpunkte haben, beziehungsweise identische Begriffe, die teilweise etwas anderes meinen. Deswegen habe ich Ihnen hier nochmal ein paar Definitionen mitgebracht, Unterscheidungsmöglichkeiten, an denen wir uns hier vor allem orientieren. Im Grundlagentext, den Sie auch in Moodle finden von Ryu und Rayjin, finden Sie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Case-Oriented Research, also fallbasierte Forschung und variablenorientierte Forschung, die sich sehr gut eben mit dieser alten Lagerteilung noch in Verbindung setzen lässt, diese aber überwindet, indem wir zwar, wenn wir quantitative Methoden verwenden, noch häufig über Variablen sprechen, aber gerade bei Fragestellungen, die fallbezogen oder Mixed Method Design verwenden, hier dann eben darüber hinausgehen. Unterschiedliche, weitere Unterscheidungen sind zum Beispiel Herangehensweisen, die problemzentriert, theoriezentriert oder methodenzentriert sind oder ob wir eben Fallbeobachtungen haben oder Datenset-Beobachtungen, die wir allerdings in diesem neuen gemeinsamen pluralistischen Konsens wiederfinden. Eine wichtige Ergänzung hier ist Frank Nullmayers Plädoyer für die interpretative Forschung, die aus ihrer bis dato Defensivhaltung als selbstbewusstes Paradigma hinausgeht. Lange Zeit gab es gerade in dieser Debatte die Unterscheidung, wenn man qualitative Methoden verwendet, um eine Forschungsfrage zu beantworten, dann liegt das vor allem darum, weil man den politischen Kontext eines Falles zum Beispiel betonen möchte. Dementsprechend hat eine Einzelfallstudie so zumindest die damalige Sichtweise nicht das Potenzial, dass man Generalisierungen über den Fall hinaus machen kann. Eine zweite Unterscheidung zwischen Quali und Quanti war in Bezug auf die Forschungsfragen, dass man eben gesagt hat, qualitative Forschung stellt Wie-Fragen, quantitative Forschung stellt Warum-Fragen und wenn man eben eine Wie-Frage stellt, ist man automatisch bei den qualitativen Methoden. Und Nullmayer sagt jetzt hier in seinem Plädoyer, dass es gerade auch die Stärken der interpretativen Politikforschung sein kann, dass Beschreibung, Kritik und interpretative, theoriebasierte Erklärung hier mit reingenommen werden kann und wir dementsprechend in der Politikwissenschaft unterscheiden können zwischen quantitativer Politikforschung, qualitativer Politikforschung, die variablenbasiert ist und qualitative Politikforschung, die sich eben dieser interpretativen Paradigmen bedient und hier als Quali 1 beziehungsweise als Quali 2 beschrieben wird. Dadurch löst sich dann eben in diesen Templates die Trennung auf und wir können Warum-Fragen, Wie-Fragen und Wodurch-Fragen sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden bearbeiten, was uns natürlich viele Freiheitsgrade für die Masterarbeit jetzt dann auch eröffnet. Wenn wir starten wollen für ein Forschungsprojekt, egal wie groß oder klein es ist, müssen wir uns Gedanken machen über vier zentrale Bereiche, die die Forschungsarbeit abdeckt. Das heißt, die müssen im frühen Prozess der Themenfindung eben schon benannt werden und in Beziehungen miteinander gesetzt werden. Diese vier Punkte müssen aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, wenn wir an einem von diesen Punkten drehen, verändert sich natürlich die Beziehung zu den anderen. Diese vier Punkte sind die Forschungsfrage, dazu habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt, das empirische Datenmaterial, die Methode, mit der wir dieses Datenmaterial bearbeiten und die Theoriekonzeption, also die theoretische Brille, mit der wir die politische Realität sehen, beziehungsweise auch die Sprache, mit der wir letztendlich sprechen und unsere Forschungsfrage beantworten. Wenn wir uns jetzt hier nochmal im Rekurs auf die erste Grafik von Diana Panke uns anschauen, können wir hier eben zwei unterschiedliche grundlegende Typen von Forschungsdesigns uns anschauen, nämlich x-zentrierte Forschungsprojekte, die die Forschungsfrage stellen und eben die unabhängigen Variablen beobachten, um den Effekt auf die abhängige Variable zu erklären oder y-zentrierte Projekte, wo wir eben den Outcome beobachten können oder hier eben in der Variablen Sprache die abhängige Variable und wir eben schauen, welche Faktoren für den Outcome letztendlich verantwortlich waren und wir dann eben diese Gründe identifizieren können. Das sind so die beiden zentralen Unterscheidungen, die nach wie vor Sinn machen. Aber um es nochmal zu wiederholen, wir haben eben diese Gegenstandsangemessenheit in dem neuen pluralistischen Konsens, wir haben den Methodenbaukasten und gerade wenn wir uns jetzt hier diese beiden Bereiche wieder anschauen, haben wir bei den Forschungsdesigns letztendlich eine Mikrofundierung. Das heißt, für den Fokus, für das, was wir uns anschauen, müssen die empirisch beobachtbaren Effekte direkt oder indirekt eben in unserem Datenmaterial abbildbar und auswertbar sein, dass wir eben Zusammenhänge aufzeigen können nach den Forschungszielen, die sich Forschungsarbeiten eben stellen, nämlich ob sie eben Hypothesen testen beziehungsweise widerlegen wollen, ob sie Theorie generierend arbeiten wollen, ob sie einen Zusammenhang erklären wollen oder eben auch verstehen beziehungsweise eine Kombination aus diesen unterschiedlichen Zielen. Das heißt, wir können hier eine rekursive Schleife ziehen, wenn wir uns die idealtypischen Abläufe im Forschungsprozess anschauen. Beginnend ganz vorne haben wir das Erkenntnisinteresse, das Forschungsziel, eben ob wir einen Zusammenhang beschreiben wollen, ob wir eine Theorie zu dem Zusammenhang erstellen wollen, ob wir einen Hypothesentest machen wollen, ob wir was evaluieren wollen, dementsprechend in den Unterteilungen verstehen oder erklären, allerdings mit dem Sternchen, das wir gerade bei Nullmayers Plädoyer gelernt haben, um dann das Viereck des Forschungsdesigns zu zeichnen. Das ist dann hier der zweite Bereich mit der Forschungsfrage, der Theorie, dem Material und der Methode. Dann kommen eine erste Reihe von Konkretisierungsschritten, zu denen es dann auch weitere Videos geben wird, nämlich ob man eben variablenorientiert oder fallorientiert vorgeht, wie man das Theoriekonzept operationalisiert, wie man die Fälle, die man untersucht, definiert, wie man den Outcome definiert und wie man die Fallauswahl systematisch bearbeitet. Wenn man diese Konkretisierungsschritte bearbeitet hat, kommt man in den weiteren Bereich, wo man die Methode dann im engeren Sinne eben präzisiert. Also ob wir die Auswertungsmethoden, beispielsweise qualitative Inhaltsanalyse nach Margret Schreyer machen, nach Philipp Meiring, nach Kukatz oder anderen Typen, ob beziehungsweise welche Arten von Process Tracing wir verwenden, ob wir Regressionsanalysen verwenden, Grounded Theory, Diskursanalyse, Computational Social Science. Hier ist die Liste sehr lang, die man für Masterarbeiten eben verwenden kann. Der zweite Konkretisierungsschritt richtet sich nach der Methode, ob wir dann entweder in die Tiefe oder in die Breite des Falles und des Datenmaterials gehen. Hier stellen sich dann Fragen, wie man eben das konkrete Kategoriensystem erstellt, wie man ein Codesystem erstellt, ein Codebuch schreibt, also welche Materialien wie kodiert werden, wie man Transkriptionsregeln erstellt, wenn man beispielsweise qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten führt. Der letzte Schritt ist dann die Auswertung und Interpretation. Hier kommen die wissenschaftlichen Gütekriterien ins Spiel, die sowohl im Allgemeinen als auch konkret für die Methoden gelten. Also beispielsweise Objektivität, Validität, Reliabilität als allgemeine Kriterien und dann, wenn wir beispielsweise im Bereich der qualitativen Inhaltsanalyse bleiben, Transparenz, Regelgeleitetheit und Nachvollziehbarkeit. In diesem Schritt geht es dann auch um die Generalisierung der Ergebnisse, also was genau man eben aus der Arbeit rauslesen kann, was das dann für die Praxis bedeutet, was man über argumentative Validierung und Interpretationsabsicherung dann eben auch nochmal sicherstellen kann. Diese Schritte befinden sich in einer rekursiven Schleife. Das heißt, wenn man feststellt, dass man irgendwann nicht weiterkommt, kann es sein, dass man eben hier nochmal zurückgehen muss und Bereiche klärt, die man hier eben in den vorderen Schritten hat. Wenn wir uns die präzisierenden Schritte im Forschungsprozess nochmal anschauen, sehen wir, dass wir von der Formulierung der Forschungsfrage zur Beantwortung der Forschungsfrage also eine Reihe von Schritten absolvieren müssen, unabhängig von den konkreten Theorien oder Methoden, die wir auswählen. Das ist für uns jetzt hier dann eben eine gute Orientierung. Ein zentraler Schritt ist die Operationalisierung des Theoriekonzepts, um die Forschungsfrage zu beantworten. Das heißt, für ihre Masterarbeit und in allen anderen wissenschaftlichen Arbeiten auch wird genau eine problemorientierte Forschungsfrage gestellt. Das heißt, hier wird in einer Forschungsfrage nicht mit dem Wort und gearbeitet, weil dann haben wir letztendlich zwei Forschungsfragen. Beispiele hierfür sind, wenn wir im Wie-Bereich bleiben, also inwieweit, in welchem Ausmaß ein bestimmter Zusammenhang etwas macht oder wenn wir bei den Warum-Fragen sind, also welche Faktoren, welche Gründe sind dafür ausschlaggebend verantwortlich, dass ein bestimmter Zusammenhang so ist, wie er ist. Wir brauchen eben die Theoriekonzeption, diese theoretische Brille, die für uns die relevanten Bereiche hervorhebt, um einen Zusammenhang beschreiben, verstehen oder und erklären zu können. Immer verbunden mit der Frage, wie kann man diese Faktoren denn dann auch empirisch im Datenmaterial beobachten, sei es bei statistischen Daten, sei es bei Interviews oder qualitativen Dokumenten. Das heißt, wir können für jede Arbeit eine solche Tabelle zeichnen, in der wir die Kategorien, die Merkmale oder Indikatoren haben, auflisten können und wie sie in unseren Fällen oder in der Veränderung sich darstellen. Und wir können diese Zellen dann eben ausfüllen und haben dann eine erste Orientierung, wie die Arbeit von uns gegliedert ist, beziehungsweise wie die Auswertung dann erfolgt. Für die Generalisierung der Ergebnisse gibt es zwei grundsätzliche Templates, die sich unterscheiden lassen. Einmal eben, ob wir in der Wissenschaft versuchen, kausale Gesetzmäßigkeiten, beziehungsweise Regelmäßigkeiten festzustellen oder ob wir versuchen, kausale Mechanismen zu identifizieren. Letztendlich geht es zurück auf eine Unterscheidung, dass wir die statistische Generalisierbarkeit haben, der sich eben die theoretische Generalisierung entgegenstellt. Und in diesem neuen pluralistischen Kanon der Politikwissenschaft gehen wir in den meisten Fällen eben von so einer moderaten Generalisierung aus. Also, dass dieser Kausalitätsschluss, den wir in unserem Zusammenhang finden wollen, eben nicht Fallkontextunabhängig ist, sondern sich eben auf eine spezifische Verbindung zwischen den Outcomes und den erklärenden Bedingungen bezieht, die wir eben untersuchen wollen. In dem quantitativen Template gehen wir dementsprechend von einer permanenten Kausalität aus, was wir beispielsweise finden, wenn es um die statistische Repräsentativität eines Samples unseres Untersuchungsgegenstandes gibt und wir dann die Empfehlung in Lehrbüchern lesen, dass wir eben besonders viele Fälle brauchen, um statistische Verallgemeinerungen durchführen zu können. In dem zweiten Template, in dem qualitativen Template, geht es eben um diese Conjunctual Corsation, also die nicht Fallkontextunabhängige Verbindung. Hier ist die Theorieentwicklung, die im Rahmen der Arbeit entsteht, eben als Abgleich zu sehen mit den Fallbasierten Beobachtungen. Und wir können Verallgemeinerungen dennoch treffen, auch wenn wir Einzelfälle analysieren über unsere Theoriebasierte Interpretation, um so dann eben auch aus Einzelfällen Politikempfehlungen, Ergebnisse abzulesen, die sich dann eben darüber hinaus generalisieren lassen. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, kommen wir zu einer idealtypischen Gliederung einer Forschungsarbeit, wo wir das Viereck des Forschungsdesigns sehen, wo wir aber auch die Tabelle der Theorieoperationalisierung direkt ablesen können. Diese Gliederung ist entstanden aus einem Best-of aus allen möglichen Empfehlungen für wissenschaftliche Gliederungen, für Masterarbeiten, die ich hier in dem Forschungsprojekt dann idealtypisch mal angewendet habe. Kapitel 1 ist die Kurzübersicht der Studie, wo letztendlich alles Relevante schon mal angeteasert wird, inklusive der Ergebnisse. Dementsprechend schreibt man dieses Kapitel sowohl am Anfang als dann auch nochmal überarbeitet am Schluss. Kapitel 2 geht über die Zielsetzung, das Erkenntnisinteresse und den Stand der Forschung, wo wir in unseren einzelnen Bereichen hier dann in die Tiefe gehen können. Kapitel 1 und Kapitel 3 Forschungsdesign sprechen dann eben zueinander, weil in beiden das Viereck des Forschungsdesigns sehr stark im Vordergrund steht, nämlich über die Theorie, die Fallauswahl, die Methodik zur konkreten Forschungsfrage. Kapitel 4 ist dann meistens so ein deskriptives Kapitel, das den Gegenstand beschreibt. Kapitel 5 ist hier die Auswertung, die Analyse, wo wir hier letztendlich auch schon an der Tabellenübersicht sehen können, dass wir die unterschiedlichen Kategorien, Einflusslogik, Unterstützungslogik, Reputationslogik, Strategie, Themenwahl, Expertise, Legitimation in die Linien der Tabelle ziehen würden und dann für die fünf ausgewählten NGOs die Spalten, die wir dann eben nach und nach mit Inhalt füllen. Die Arbeit beendet ein Kapitel zu praktischen Implikationen und dann nochmal Ergebnisse und Fazit. So haben wir dann die idealtypische Gliederung, wie Sie sie auch in der Masterarbeit verwenden können. Kommen wir zum Fazit. Wir haben jetzt in diesem Video unterschiedliche Templates kennengelernt, die uns helfen, die Literatur, die es über Masterarbeiten gibt, eben zu verstehen. Wir müssen aufpassen, dass es unterschiedliche Bedeutungen gibt mit teilweise identischen Begriffen. Deswegen müssen wir für die Masterarbeit relativ früh festlegen, was genau das Forschungsziel ist. Wir müssen eben die Auswahlregeln und Empfehlungen, die wir sonst in der Literatur finden, eben vor diesem Hintergrund richtig deuten können. Zudem sehen wir, dass wir mit der theoretischen Generalisierung und der Abstraktion der Ergebnisse, gerade auch bei Fallstudien, Einzelfallstudien und Untersuchungen, die sehr nah in ihrem Arbeitskontext liegen, trotzdem Rückschlüsse ziehen können, die für die Wissenschaft relevant sind und Praxisimplikationen ableiten können, die über den Fall hinaus dann eben auch zur Anwendung kommen können. Ich habe Ihnen noch eine Kurzübersicht der Literatur erstellt, die Sie vermutlich dann auf Moodle auch finden werden, wo wir sowohl ein paar Überblicksgrundlagenwerke haben, ein paar Empfehlungen zu Designs und Grundlagen, Vertiefungen und Hintergründe, Texte zur Fallauswahl und auch nochmal zu Auswertungen und unterschiedlichen Methoden, die für die Bearbeitung der Masterarbeit dann relevant werden. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns in den nächsten Videos.